Oh Gott, oh Gott! Kollege, ich bin doch gar nicht auf Safari. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lari auf Safari. Ich krieg von Freizeitag nicht genug und deswegen war ich für euch heute im Lubi Park Bottrop und habe mir einige geile Sachen gemacht, unter anderem auch eine Ausbildung für Sandfrau. Und wenn das nicht genug ist, könnt ihr am Ende des Videos noch 2x2 Freikarten für den Lubi Park gewinnen. Also bleibt dran! Ich gehe gleich in den Highfall, das ist ein freier Fall aus 60 Metern. Ich habe Höhenangst, das ist ein Problem. Ich hoffe das geht schnell rum, aber ich glaube das geht schnell rum. Wie viele Sekunden? Drei, vier. Wer sind es nicht? Ei, ei, ei. Also wir fahren jetzt erstmal hier 60 Meter hoch. Und das Schlimme ist, ihr seht jetzt da vorne, es ist kein Boden unter den Füßen. Und ich hatte gehofft, dass das wenigstens da ist. Weil so ist das echt so, als baumelt man hier so ein bisschen in der Luft. Und das ist so gut. Eieiei. Oh, das ist hier noch höher, das geht höher. Oh, ich hätte mal besser heute nicht zum Stück sollen. Aber die Aussicht ist schön. Und das ist so gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist gelostet. Oh, das war zwei Sekunden. Ich habe gerade noch geguckt und dann geht es auf einmal runter. Alter Schwede. Ihr macht Sachen mit mir, ey. Habe ich das irgendwo im Arbeitsvertrag unterschrieben oder wo steht das? Ja, hättest du besser lesen sollen. Scheiße. Müssen wir weiter zum nächsten? Noch ein? Ein noch, zwei noch, wer weiß? Ja, okay. Ist okay. Wir kommen weiter. Es ist so weit. Ich möchte Stuntfrau werden bei euch. Ich spreche nur Italien. Italien. Du sprichst Italien? Nein. Moment, wenn wir sprechen. Ich hätte auch Italienisch lernen sollen. Ja, Italienisch. So, ich... Ja, und du? Ich will... Ah, du willst nach Wheels? Ja. Ich will... Du willst nach Wheels? Ja. Winnie! Okay, du gehst nach Wheels mit dem Auto. Ja. New York... Wie heißt er? Police Department. New York Police Department. Stimmt. Ich wollte schon immer mal Bulle sein. Italienischer Bulle. New York. Wie hieß es? New York PD. Ja. Bin bereit. Fahren. Im kleinen, im kleinen Auto. Im kleinen Auto. Das will ich fahren. Ja. Du brauchst ja gar nicht so lachen. Das will ich erst. Oh ja. Ich bin... Der... Sagen wir mal... Der erfahrenste Pettler, glaub ich, heute bei ÖVIT. Hast du einen Führer? Fein. Von Italien. Ähm... Führer Lizenzo. Du? Ja. Hast du? Okay. Wann war dein letzter Seetest? So frag ich jetzt mal jemanden. Aber ich mal trau dir. Ich fahr trau dir, ne? Kollege. Ich fahr trau dir. Ja. Ciao. Ciao. Las Vegas. Nein, nein, nein. Las Vegas. Ja, ja. Das ist meine. Ja, ja, ja. Das ist meine Girl. Nein, nein, hier ist die Polizei. Das ist meine Girl. Nein, nein. Komm, Kollege. Meins. Banditen. Banditen. Du bist die italienische Mafia, nicht ich. Banditen. Ja, Banditen. So. Jetzt geht's los. Jetzt driften wir hier mal ein bisschen. Er hat auf jeden Fall genügend Arbeitserfahrung, ne? Das machst du schon lange, ne? Also erstmal safety first. Hier anstrahlen, anstrahlen. Anstrahlen. Anstrahlen du auch, nicht nur ich. Und dann retten wir hier mal das Geld und fahren weg von den Spitzbuben. Klär nicht hier, aber ich glaub ich muss die Scheibe auch hoch, oder? Lass mich auch hier, oder? Ah. Bis gleich. Haha. Okay, jetzt geht's los. Halt mich mal lieber an meinem Geldsack fest hier. Huch. Ich hab schon gesagt, ich soll mich hier oben besser festhalten. Weil wir ja gleich hier auf zwei Reifen fahren. Und dann würde ich sonst auf den Kollegen hier links neben mir fahren. Ich glaub, der ist vielleicht 1,50 Meter rot, das würde er nicht überleben. Okay? Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, oh, das war aber knapp. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, so gut. Alles gut, alles gut. Oh Gott! Quato, Quato. Schnell schnell. So, eine Runde geht noch. Uuh, jetzt geht noch schneller. Aieiei. Und der Hater kann es letztlich durch den Arzt raus. Meglav. Ja, schön. Und wie war es, Arissa? Krass. Zwischendurch dachte ich, wir verlieren ein bisschen Gleichgesicht. Oh, er nimmt hier wieder mein Geld. Nein, 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 nein. Weihnachten. Nein, das war echt heftig. Vor allen Dingen, weil es hier jetzt noch so ein bisschen nass war. Und da hat er echt komplett die Ruhe bewahrt. Er hat noch ganz lässig seinen Arm rausgehangen, so mit einer Hand gefahren, ganz entspannt. Er hat auf jeden Fall... Thank you. Grazie. Ciao. Großer Fan. Ja, großer Fan. Das ist mein großes Vorbild. Eines Tages fahre ich da auch so rum. Arissa hat mein Job hier, okay? Ich verstehe was ich gesagt habe, aber wir können zusammenarbeiten. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja, ja. Er hat mir den Job gegeben. Er hat gerade auf Italienisch gesagt, ist gar kein Problem, du kannst bei mir anfangen. Das war wunderbar. Also, ich habe den Job, ne? Schlag mal ein. Danke. Danke. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. So, ich würde sagen, ich bleibe hier, ne? Ich kündige meinen Job und werde jetzt Sandfrau, habe ich mir überlegt. Hier mit Valentino, mein Kumpel. Der hat schon gesagt, der nimmt mich gleich auf seinem kleinen Motorrad mit. Also, Valentino, nimmst du mich mit? Gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt, ne? Danke. So, ich gehe jetzt in die Starfield Academy und da ist die Star Trek Operation Enterprise. Sag ich es richtig? Ja. Und die soll richtig abgehen, deswegen gehe ich hier mal rein und teste die für euch. Los. Dann Patrick, ich schneide dich, dass du nicht mitfahren kannst. So ein bisschen. Ein bisschen, ne? Aber ich hatte auch Angst. Ja, natürlich. Wie nicht? Ich bin ja ganz cool. So wie im Freefall, da war ich auch ganz cool. Achterbahn finde ich super. So dieser Freefall ist so, aber Achterbahn ist klasse. Oh! Wow! Wow! Oh! Ah! Ja, ja, ja! Ich bin leicht nass geworden. Oh, oh, oh. Das ist so schwer. So, ihr dürft mich jetzt auch Commander Lari nennen, weil ich bin hier Commander von der Brücke Enterprise und regle das Ganze hier mal ein bisschen. Fahren ein bisschen durchs Alp. Wo ist eigentlich Spock? Spock! Commander MS, Warp-Geschwindigkeit. Gut, Hermann. Ja, wenn ihr jetzt auch richtig Bock auf den Moviepark bekommen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen 2x2 freie Tickets für den Moviepark. Dafür müsst ihr nur Urlaubsgurus abonnieren und hier kommentieren, was eure Lieblingszähne aus meinem Video war. Und dann bekommt ihr vielleicht bald schon eure Tickets. Also, viel Glück. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, dann klickt einfach hier. Wenn ihr das neueste Video von Urlaubsgurus sehen wollt, dann klickt einfach hier. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich tigere jetzt weiter um die Welt. See you later, Alligator. And don't forget the toilet paper. Ich finde die Sprache so geil. Ich finde die so witzig. Denn dann ist die Sprache so geil. Zuschauen wir es wieder an. Ich finde die Sprache so geil. Vielen Dank.